Du-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-it-tu-tu-wooeh- Hypno? Ha 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 Hallüchen. Herzlich willkommen zu Need for Speed Most Wanted Folge 17. Ich hab's schon angeteertert. also für die, die andere folgen, gucken, die so hochladen, Pokémon und Phasmophobia und ich glaube, ich habe es schon tausendmal erwähnt, ich habe die Audio verloren. Das heißt, ich nehme das Ganze jetzt nach, träglich auf, ich nachvertone das. Ich werde jetzt auch nichts zu tun, als ich bin so erschrocken. Jo, wir gucken uns das einfach mal an und kommentieren das. Heute bin ich mal der Backseat-Gamer und die Aufnahme ist über einen Monat her jetzt, also ich weiß auch gar nicht mehr, was passiert ist. Wir starten mit Rennen. Lustigerweise fährt da ein Lada mit in Rosa, ne? Man sieht schon, der Kobalt, der ist schon so ordentlich unterwegs mittlerweile mit den neuen Upgrades, ne? Kann vielleicht auch sein, weil ich es jetzt eine Weile nicht mehr gesehen habe und ein langsamer Gamespiel, dass die Geschwindigkeit natürlich more impressive wirkt. Die nächste Folge wird nicht so lange dauern, by the way. Ich nehme die direkt heute mit auf. Ähm, jo. Die wird marginal länger dauern, weil ich mir wahrscheinlich fürs Finale dann nochmal in die Mühe gebe mit einem Musik-Trailer oder sonst was. glaube ich, letztes Mal ist nicht so gut angekommen bei einer der schlechtesten Folgen. 14 Stunden Arbeit waren für nix. Ne, aber gucken wir mal. Ich glaube, irgendwo fehlt die Audio auf dem Game. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich, dass es so gewesen wäre. Wenn es so wäre, dann vertrug ich es einfach nach. Da mache ich die Autos. Ja, die Gegner, die wir hier haben, sind nicht wirklich Gegner, ne? Also, wir sind schon flotten unterwegs. Oh, was ist denn das jetzt? Disgusting. Guck mal, hier haben wir. 365, 66. Und noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht knacken wir die 370 irgendwann. Wir haben jetzt sechs Gänge. Ich weiß gar nicht, ob wir die in der letzten Folge schon hatten. Ich glaube. Aber jetzt haben wir auch die Power, die sechs Gänge auszufahren. Man merkt, das Handling ist jetzt das neue Bottleneck. Die ganze Zeit war es umgekehrt. Da war Geschwindigkeit, das Bottleneck oder der limitierende Faktor. Und Handling war ja, halt ein selbstverständliches Ding. Ist jetzt nicht mehr so. Gibt jetzt Kurven, die man tatsächlich langsamer machen muss. Oh, da war, glaube ich, direkt Feuerpolizei bekommen. Ne? Okay, sah so aus wegen dem blauen Flash. Wenn du das heißt, er arbeitet jetzt auch mit dem Kopf wahrscheinlich mit Croc oder Cross heißt er. Wir schlawinen uns da einfach mal vorbei. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändern wird mit den Gegnern. Ich denke, wir sind jetzt zu stark fürs Rubberbanding. Wir haben noch ein Upgrade vor uns, das wird nochmal ordentlich was ausmachen. Aber gerade jetzt sind wir schon ziemlich overpowered. da bin ich wieder die besagten Zombies vom Haus. Kennst du das, wenn so Leute, anstatt sich wie normale Menschen nebeneinander zu stellen und zu unterhalten, so über 300 Meter Luftlinie anschreien, passiert's bedenklich oft in meiner Nachbarschaft. Ich glaube das ist so ein Boomer-Ding, Oh. Dann mit Polizeifunk. Also gerade jetzt so als Backseat-Gamer fühle ich mich ziemlich überlegen. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade Angst vor der Polizei hätte. Aber das täuscht den Kobalt. Kobalt liegt schnell auf dem Dach, tatsächlich. Er ist nicht sehr schwer, was was Gutes ist, gerade für Handling. Es gibt Schmerrautos wie ein Lotus Elise. Aber er die Größe täuscht. Ui. Ohne Speedbreaker wäre Mom das Nagel über die nicht rumgekommen, da der Vergangenheitsplay auch ganz gut reagiert. Das täuscht, weil es Auto so groß und breit ist, aber er ist gar nicht schwer. Das heißt, ja, sowas wie das hier reicht und dann bis zu Knockout. Das war auch sehr glücklich, dass wir rausgekommen sind. Und ich glaube, das beantwortet die Frage, ob man noch ein bisschen Angst oder Respekt vor der Polizei haben sollte. Ist aber auch mal cool, so eine Folge als Viewer wahrzunehmen. Und jetzt, wo ich das mal so aus der Perspektive von einem Viewer sehe, Scheiße, ist mein Content langweilig. Nein. So, die Frage ist, nutzen wir, nutzt der Herr Vergangenheitsplay auch die Chance, um ein paar Objektives zu machen? Hui. Ups. Der ist weg. Um ein paar Objektives zu machen. Wird sich anbieten, aber ich weiß aus ziemlich zuverlässigen Quellen, dass sich der Herr Vergangenheitsplay in dem Sektor der Map marginal weniger auskennt als im ersten Gebiet. Hagels aber ist so wie es auch ist auch ständig irgendwas. Auch was das schwierig ist, Kobalt hat natürlich Anpressdruck ohne Ende. Das heißt, je schneller du bist, desto unverwundbarer bist du gegen Ostdachlegen und sowas. Aber gerade in solchen Gegenden, da hast du keine 300 kmh einfach mal aus den Ärmel geschüttelt, bist du halt auch gleich nochmal ein ganzes Stück verwundbarer. Da werden Verfolgungsstopper gesammelt. Ich gehe davon aus, der Vergangenheitsbleihung will hier seine Ruhe haben einfach. Ein bisschen off-guard gecatcht. Die Spikes hat man kaum gesehen, selbst als Backseat-Gamer habe ich die nicht gesehen. Vielleicht werde ich alt. Man muss dazu sagen, ich gucke die Folge auch im Editierungsprogramm jetzt auf halber Größe. Kann vielleicht auch darin gelegen haben, aber es sieht echt so aus, als versuchen wir abzuhauen. Ich glaube, bauen die technisch sind wir sogar fein. kommt man da durch. Ich glaube nicht. Ne. Bei 3 oder sowas vielleicht noch. Ich glaube, hier im 15 dazu der Radius, in dem wieder gefunden wird, ist auch ich würde nicht sagen größer, ich glaube, sensibler, die Detektion. Da habe ich wohl gerade überlegt, ob ich da rechts rein will in die Polizeistation und habe dann bemerkt, weißt du was, wir sind ja schon entkommen, fahr außenrum. Nicht, dass wir einen Verfolgungsstopper mitnehmen, man muss ja immer ein bisschen haushalten. Guck mal, hat ja gut geklappt. So, wechseln wir das Auto, da gehen wir weiter auf Risiko mit Stufe 5. Das speichern wir wahrscheinlich, weil das Game letztes Mal so oft abgestützt ist. Der Vergangenheitsblei auch wäre, da ist sicher noch paranoid. Man sieht ja schon, Gesamtkopfgeld haben wir schon. Ui, guck mal, Rundkurs rennen. Richtig lang. Das sind dann R32 Skyline. der ist ziemlich flott. Skyline. Hatte ich selber mal so einen. Also nicht ein echt Immos Wanted. Würde ich ein echt, glaube ich, gar nicht wollen. So wartungsintensiv. bei aktuellen Benzinpreisen. Sind wir ganz ehrlich, Leistungsverbrauchverhältnis bei so alten Japanen ist nicht optimal. Also auch so ein Supra oder sowas. Den fährst du schwierig unter 10, 11 Litern. Vielleicht kriegst du den im Sparmodus auf 9. Den hatten wir aber gesehen. Ich glaube, da war ich hin und her gerissen zwischen Undercutten und Overcutten. Also in der Innenlinie vorbeiziehen und außen habe ich dann für die Mitte entschieden. Macht aber auch echt nicht viel Reaktionszeit. Muss man auch dazu sagen. Wenn man hier so durch die Kurven fliegt, dann kriegst du teilweise gerade zu den Speedbreaker noch ein, damit das Auto schwerer wird. Macht man damit, man weniger Geschwindigkeit verliert beim Zusammenschluss. So verhindern tut es gar nichts, aber es konserviert ein bisschen Geschwindigkeit. Mehrbar ist mit meinem neuen Auto, mit meinem Mini-OPC-Astra Was sagt das jetzt so spöttig? Ist auch schwierig, ja, den kannst du mit 6,5-7 Liter fahren, aber das können auch 20 sein, je nachdem, wie zornig du unterwegs bist. werde ich demnächst rausfinden auf dem Nürburgring. Corsa ist mittlerweile auf der Rekordliste. Zwar drittletzter, aber zumindest auf der Liste, weil die Zeit echt geht. Und mit dem Astra gucken wir mal, mischen wir mal ein paar GT-Eagles und Megane RS und vielleicht ein paar langsame Porsche auf. Mal gucken. Ich mag die Geräusche. Ich glaub, was mit dazu beiträgt, dass Most Wanted so ein exzellentes Geschwindigkeitsgefühl hat, sind die Geräusche. Man hört das, wenn man an Bäumen und Brücken durchfährt und sowas. Man hört die Reifen quietschen, der Motor schreit in die Ohren. Die Straßen sind sehr schmal für Videogamestraßen. Also normal sind die immer unrealisten Streit. Hier ist es actually schwierig bei 180 exakt nur schwul zu bleiben, wie es auch in echt wäre bei so schmalen Straßen. Gerade in der Kurve. Ich glaub, das trägt schon dazu bei, dass Most Wanted sich so schnell anfühlt. Das wenig Spielraum für Fehler auch. Ich find's bis heute ganz ehrlich immer noch mit Abstand, mit weitem Abstand das aller, aller, allerbeste Arcade Racing Game. Arcade deshalb, weil es natürlich nicht sehr simulationslastisch ist. Die Autos fahren sich authentisch, aber nicht realistisch. Soll auch nicht so sein, weil mit Arcade Racern will man immer eine möglichst breite, ja, nicht breite Masse ansprechen, wenn wir mal ein Diegen geben. Ähm, möglichst niedrige Zugangshürde haben. Da, Zugangsschwelle. Ja, also easy to learn, hard to master. Das ist so Arcade. Ich fahr auch gern Simulationen. Direkt vorm Unfall geknipst. Ähm, auch gern Simulationsrennen. Fahr ich das? Das ist das selbe Rennen wie gerade eben rückwärts. Ah, guck mal. Hatte ich dieselben Zweifel in Echtzeit. Wäre ein bisschen repetitiv gewesen. Oh, was fahren wir denn? Fahr ich das echt? Das ist spannend, ne? Okay. Ähm, wobei ich fahr ich echt gern. Das liegt aber auch daran, dass der Arcade-Markt so casualisiert ist, dass es halt nur noch Garbage ist. Die Autos fahren sich wie Eimer. Äh, dann lässt du ständig für die Leute, die eine Aufmerksamkeit Spanne von drei Sekunden haben, irgendein Glitzer-Gram oder unrealistischen Gram, Patreon, Lootboxen und Online-Gameplay mit Explosionen und sonst was. Muss nicht sein. Guck mal, wie vom reinen Konstrukt her bis zum Be-Must-Wanted-Is. Das Highlight ist die KI von der Polizei, die, by the way, bis heute ungeschlagen ist. Selbst wenn du GTA nimmst oder sonst was, gibt keine KI, die dir so Probleme macht und sich so interessant verhält. Wir haben so versucht, bei Karten und sonst was zu replizieren. Hat alles nicht gut funktioniert. Also, wahrscheinlich, weil dieselbe KI auf eine andere Map gesetzt wurde und die KI für die Map optimiert wurde. I don't know. Aber, ähm, das ist das Highlight und ansonsten hast du ein sehr simples Prinzip. Du gehst von Level zu Level, die Level sind deine, ähm, Most Wanted-Blacklist-Gegner. Du fährst am Anfang den BMW, du kriegst einen Teaser, wie es ist, was halbwegs schnell ist zu haben. Und dann bist du stuck mit was langsam. Und dann hast du die Progression. Du klärt das nach oben, Level für Level. Und dadurch hast du... Und dadurch hast du auch, ähm, einfach das Gefühl, dass du immer stetig Fortschritte machst mit deinem Auto, was, äh, schneller wird und krasser modifiziert, wenn man drauf steht. Ähm, deine Gegner werden anspruchsvoller, die Polizei, alles wird intensiver. Es ist ein kompletter Ramp-Up von Anfang bis Ende. Einzige, wo ein bisschen schleppend sein kann, ist wirklich das Mit-Game, wo die Routine einsetzt, weil da einfach auch ein bisschen die Cutscenes fehlen. Da hätten wir vielleicht so ein bisschen mehr Story-Aspekte reinpacken können, um das abzufedern. Das war völlig unvermeidbar. Und ist definitiv nicht gegangen, außen wenn wir in die Wand rein. War in dem Fall wirklich die beste Entscheidung, den Frontal zu nehmen mit Speedbreaker. Und, ähm, jo, und dadurch hast du halt so einen permanenten Ramp-Up und wenn, wenn, wenn das Mini-Mini-Mini-Loch in der, das ist wirklich eine zwei Stunden Game-Time von ich schätze Casually 15, 16, wenn du es drauf anlegst, 10, wenn du schnell bist, also wenn du wirklich das Game kennst und durchrushst. Ähm, dass du vielleicht zwei Stunden Game-Time die ein bisschen Drag sind, ansonsten ist das Game absolut flawless. Meiner Meinung nach. Ja, auch das Worldbuilding. Guck dir an, wie die Stadt aufgebaut ist. Die Stadt ist Space-Cleaner-Rennstrecke. Wir haben sich zuerst Gedanken gemacht, ich hätte außen rumfahren können. Äh, komische Entscheidung. Ähm, man hat sich Gedanken gemacht, wo hast du schöne Race-Lines und guck mal die Elevations, Kleinigkeiten, wie sich die Straßen nach links und rechts woppeln, hier die kleinen Höhenunterschiede, Schlaglöcher, sonst was. Guck mal, hier geht's wieder leicht per Kurve. Äh, da hast du so Schrauben und Huppels und Sprünge und sonst was, was gar keinen Sinn macht vom Layout, aber es ist einfach da, weil es für, für gutes Racing sorgt. Und das ist auch was, was Most Wanted so ausmacht. Guck mal, hier ist der Huppel. Und jetzt die Senke in die Kurve, die nach außen abfällt, was du beim Fahren merkst, wirklich. Hier die kleinen Huppel, die das Auto instabil machen, wenn du ein Auto hast, das schlecht handelt. Hier so ein kleiner Mini-Knick, der gar keinen Sinn macht, den so zu bauen, aber er ist da, dass du gepunished wirst, wenn du nicht perfekte Idealen hier hast oder verkehrt, der ungünstig ist. Das sind so viele Kleinigkeiten, so ein Mikro-Management, was das Game und die Map besonders macht und das verstehen die Developer nicht mehr. Die gehen hin und nehmen irgendeine Kackstadt in Amerika mit einem 90-Grad-Kurven-Layout und machen Rennen von Punkt A nach B. Und so baust du eine authentische Stadt. Aber die Stadt hat ja keinen Mehrwert für dich. Du ballerst da ja durch mit 200 mehr. Wenn das der Fokus ist, dann musst du es machen wie GTA und wirklich eine Stadt machen, die dir als Player was zurückgibt. Dann ist sowas vertretbar. Weil dann akklimatisierst du dich mit der Stadt. Dann identifizierst du dich mit der Stadt und dann raced du in der Stadt. Wenn das Ganze aber nur ein Set-Piece ist, das fällt flach. Und deswegen sind auch die ganzen neuen Need for Speed scheiße, finde ich. Mitunter, weil klar, die Pay-to-Win-Mechanics Always-Online-Bullshit, das Handling, was wir da so verbastelt haben. Klar, das sind auch Probleme. Aber das macht halt auch einfach keinen Spaß, da Rennen zu fahren. Und wenn das, was du zu 90% machst, wenn deine Core-Mechanik keinen Spaß macht. Schwierig. Es gibt so eine goldene Regel im Game Design. 30 Sekunden. Du hast ein 30-Sekunden-Window von Activity und das muss Spaß machen. Und das wiederholst du dann so oft du kannst. In verschiedenen Szenarien, in verschiedenen Kontexten, aber der Gameplay-Loop ist immer der gleiche. Und der ist hier auch wie das Fahrverhalten. Das, wenn du es ganz runterbrichst, jetzt machen wir mal kurz auf Analyse, kann ich ja jetzt machen als Back-Gamer, weil das Gehirn auch voll da ist. Ja, ich merke auch, es ist viel leichter zu kommentieren, wenn man nicht fährt. Wenn du mal hier drauf achtest, guck mal, jetzt fahren wir Ideallinie rein und jetzt haben wir den Gamble. Gehe ich auf maximale Geschwindigkeit und riskiere Verkehr im Chokepoint und verliere alles oder ich fahre das Ding sicher und verliere aber ein bisschen Geschwindigkeit. Ist ein Gamble, ist High Risk, High Reward. Auch das Nitro jetzt. Zünde ich jetzt Nitro, um den zu matchen oder spare ich mir das auf und versuche hier im Handling mich besser zu positionieren und hol das Nitro zum Rausbeschleunigen, weil da vorne kommt eine Gerade. Ja, was du nur siehst, wenn du wirklich die Awareness hast für die Strecke, die vor dir liegt. Ähm, hier zum Beispiel, hier gehst du nach rechts, weil der Gegenverkehr weniger Risiko ist. Ähm, das sind so ganz so kleine Spontanentscheidungen, die das Gehirn fordern, weil du ständig alles am Abchecken bist. Ideallinie, Straßen, Elevation, ist das Auto unsicher in der Kurve, bricht es aus, muss ich ein bisschen abbremsen, fahre ich Ideallinie, riskiere ich das, wenn hier jetzt ein Laster kommt, der Kurve sind, äh, ich riskiere es jetzt hier, weil ich maximale Geschwindigkeit brauche. Wir haben einen im Nacken sitzen. Das sind lauter so Sachen. Das hält das Gehirn bei Laune, wenn ich Need for Speed mit 50 Fahrassistenzsystemen und Break to Drift mit 390 Grad Kurven drifte und die Polizei eh egal ist, weil die gefühlt Panzer fährt und du Schaden hast in einem Game, das Verfolgungsjagden hat, was keinen Sinn macht, weil du gewinnst keine Verfolgungsjagden 1 zu 40, wenn du Schaden hast, realistischen. Ähm, zählt das alles nicht, weil es nicht ins Gewicht fällt. Du hast andere Sachen zu tun. Und da freue ich mich, dass wir direkt weggekommen sind. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, die sich summieren und einfach die Experien so schlecht machen. Das ist das Problem. Most Wanted hält sich über die Jahre so gut, weil der Kern einfach perfekt ist. Als Amateur, wie als in Anführungszeichen Profi, wenn du jetzt gar keine Ahnung vom Fahren hast, dann bist du vom Fahren her so eingenommen, dass das für dich satisfying ist. Aber wenn du jetzt weißt, was du machst, Alter, da ist da so ein bisschen 90 Grad Kufen fahren, nix, was sich setzt. Weil hier hast du wirklich mit dem Gehirn was zu tun. Ja, auch wenn das Fahren für dich jetzt keine Herausforderung ist. Hast du genug Decision Making, dass dein Gehirn occupied ist. Und das ist nice. So, hier haben wir beschlossen, ähm, Dings zu machen. Ist das Kopfgeld? Ne, Meilensteine, ne? Ich weiß nicht, ob wir genug Rennen haben. Hatte ich jetzt gar keine Acht drauf für lauter erziehen? Ja, guck mal, sowas mit, dass der uns jetzt den Reifen weggezogen hat und dagegen hält, dass wir nicht mehr wegkommen. Solche Sachen, selbst ein einzelnes Auto verhält sich so schlau. Teilweise. Gut, die Anfangspolizei nicht, aber die ist ja auch ein bisschen genervt dann. Das macht echt Spaß, gegen die Polizei zu fahren. Und to be honest, für wann kam das raus? 2005? Die Vision Effekte sind freaking amazing. Mit sechs Personen und Teilen, die rumfliegen. Die Physik ist auch nicht realistisch, aber spaßig. Mit dem Rahmen und sowas. Guck mal, hier haben wir aggressiver Helikopter. Da versuchen wir uns da aufs Dach zu legen. Ähm, ja. Ich glaube, deswegen hält sich. Das sind dann die Musik auch, wenn ihr mal auf die Soundtracks achtet, bei den Verfolgungsjagden. Das ist großartig. Die haben einfach so viel richtig gemacht. Auch der generelle Soundtrack ist nice. Habe ich natürlich deaktiviert, wegen Copyright, gelöhnt, YouTube und Sonnquad. Aber, ähm, guck mal, der, jetzt liegen die Stratosphäre. Ähm, ich glaube, dass die, das ganze Stile Entwickler da so ein bisschen Identitätskrise haben mit sich selber. Bin nun hergerissen zwischen Finanzierungsmöglichkeiten, Micropayments, Online-Zwang, Konsum-Kitties bedienen, um halt, äh, irgendwelchen Gameplay-Konzepten, die dann von, von Schlips-Trägern so zerpflückt werden, dass nichts mehr übrig ist, Sana. Das ist, glaube ich, auch relativ frustrierend und ist einer der Gründe, warum ich nun in so einem Designberuf sein wollte. Ich habe ja früher Webshops und Webseiten gemacht und es war immer genau das Gleiche du machst. Wirklich krasse Designs, moderner Kram, Hightech-Kram, alles Mögliche, was nice ist, wo eigentlich jeder ein bisschen Ahnung hat, denkt, Alter, die haben eigentlich eine Webseite, die 40.000 kostet und das für 20 bekommen oder 18 und dann kriegst du es zerpflückt nach und nach mit Bullshit. Ja, hier will ich einen Laufbanner, ich will hier will ich einen Ticker. Können wir das grün machen? Ich finde grün und gelb toll auf der Webseite. Grüner Hintergrund, gelber Text. Irgendwelche Logos, die mit Paints gekritzelt wurden vor 30 Jahren und da hast du keinen Bock mehr irgendwann. Guck mal, da ist Cross gewesen, der schwarze Läuze. Weiß nicht, ob man es gesehen hat. Also Cross ist actually auch im Game und verfolgen sie Akten, der gibt auch mehr Geld. Ich glaube, 300.000 gibt der. Da habe ich das SUV nicht gesehen, dass es da mitfährt. Und das macht es einfach matig, wenn du immer on purpose underperformen musst und deswegen stelle ich mir auch die Gameindustrie sehr frustrierend vor. Meine Fresse, war das dämlich. Da haben wir die Mauer mitgenommen und sind glücklicherweise in die Lücke geflogen, wo der eine Kopf den SUV angehbelt hat. Sonst wären wir zum Stillstand gekommen. Ob das fatal gewesen wäre? Möglich. Drei Autos auf dem Gras drehen der Durch ohne Ende. Werden rückwärts rausgemusst. Aber das war lucky. Weiß nicht, ob mir das damals so aufgefallen ist. Bums. Naja. Egal, genug ge... ähm, wie sagt man? Gerentet. Deswegen, ich bin froh, dass es noch da ist. Und die Zeit wird es zeigen. Sachen, die muss Wander to Skyrim, die werden auf ewig leben. Die wird man in 20 Jahren noch spielen. Natürlich nicht in der Masse wie es mit den Games, aber es gibt einfach Core-Konzepte, wenn die Fansen, die überstehen. Sämtliche Generationen und Konsolen und sonst was. Musst du nicht nur Racing. Nimm Minecraft. Nimm Pokémon. Alle großen Dinger funktionieren nach dem Prinzip. Technisch gesehen MMOs auch und RPGs mit Quest und sowas. Aber das ist schwierig, weil da kommt Zeit-Commitments mit dazu, was wirklich ein Faktor ist, ein Limitierender. Und für Online-Games halt die Communities, ne? Also da würde ich sagen, dass selbst großartige Games da nicht safe sind. Weil die Rahmenparameter halt wirklich so viel Impact haben, was du hier nicht hast. So, wir haben noch Dings, Meilensteine zu machen, ne? Ich glaube, die Rennen haben wir. Aber ich fessere mitgenommen. Komms. Ich glaube das Bounty ist auch ganz nice Wir haben genug, aber Wir brauchen für den Rasierer ja auch wieder ein bisschen Das ist glaube ich gar nicht verkehrt Wenn wir da ein bisschen Puffer aufbauen Ich habe teilweise das Gefühl, dass die Fünfer In manchen Situationen leichter sind als die Fähre Weil die Corvettes sind leichter tatsächlich Als die schwarzen Wie heißen die? GTOs? Frontier GTOs? Wir haben uns versucht einzukeinen Mit der Mauer Haben wir gegengelenkt Haben wir die SUVs Ich bleibe hier in der Stadt Also ich scheine es wirklich auf Kombos abgesehen zu haben Man kriegt das Combo Bounty Wenn man mehrere gleichzeitig zerstört In der Stadt kannst du dir halt echt besser horten Weil wenn die mal wogegenfahren oder Mist bauen Was passiert Sind die nicht gleich weg Weil wenn du mit 300 über die Autobahn fliegst Dann fallen die schnell out of render distance Und dann respawnen die Und dann werden die dir abgezogen von den Verfolgern Was okay ist Weil du willst sie ja auch Durch Geschwindigkeiten sowas abhängen können Also rein von der Mechanical nice Ist manchmal aber ungünstig Weil jetzt haben wir einen Batzen hinten dran Der Helikopter bei nice Kriegen wir den Wenn der so schön über uns kreist Ja haben wir bekommen Tatsache Weiß nicht ob ich es in der Situation drauf abgesehen hatte Ich glaube mir ging es mehr darum Die Polizei zu reduzieren Damit wir Verstärkung bekommen Hier ist auch so Wenn du so eine Kurve SUVs kriegst Hast du echt nichts zu lachen Kommt dann wie so eine rollende Mauer auf dich zu So frühzeitig langsam machen Dass sie nicht vorbeischießen Guck mal da ist Cross das Schwarze Da habe ich wohl versucht langsam zu machen Um den da noch mit rein zu fädeln Keine Ahnung ob er rein fährt Ah ja guck mal Cross 300 Combo Bounty Da haben wir den Cross zerstört Kommt wieder durch Wild Finde ich auch cool Dass die Props Kollision haben Nachdem sie kaputt sind Ist nice Weil es dann wirklich die Umwelt ein bisschen verändert Kann aber auch Nachteile haben Weil du selber Fest stecken kannst Wenn so ein Donut auf dein Auto fällt Und wenn du dann noch In irgendeiner Form Polizei Selbst wenn die 300 Meter weg ist Und du resetest manuell Bist du direkt Bastard Und ob dich das Leben dann resetet Da hast du nicht meinen Einfluss drauf So wir farmen Sachschaden Und Verfolgungsdauer Ich weiß nicht ob Ui Das war unglücklich Ich weiß nicht ob die Straßensperren realistisch sind Und das Kopfgeld wert sind Um genau zu sein Ich habe keine Ahnung was mein Plan ist Hänge ich den mit Absicht ab Um den Timer Den Backup Timer hochzuhalten Sieht fast so aus Interessant Ja wir brauchen ja noch Oh kann vielleicht sein Dass ich mir sagt Den Sachschaden kriege ich In der Straßensperre noch hin Und die Zeit läuft ja hoch Auch wenn wir nur einen haben Würdest du ihn machen Dann ist das ein Kommen leichter Ja die geben ja kaum Sachschaden Was ist das? Aber der Ansatz Würde natürlich Wir müssen ihn machen Wenn es denn so wäre In Klammern Ach guck mal Da ist die Straßensperre Komms Fahren wir die ab Die fahren wir ab Gut dann Haben wir es richtig Predicted Dann war das der Plan Guck mal 200.000 Bam Okay es sieht aus Als scheinlich hier abhauen zu wollen Da haben wir den nicht mehr gekriegt Wenn wir den nochmal geschubst hätten Wäre er umgekippt Dann Machen wir die Zeit Vielleicht auch nicht Geht es uns vielleicht Wirklich einfach nur Um den 1 Meils Kommt ja Kommt gar nicht Kommt gar nicht Ja dann Don't mind if I do Did If I did Wow Wow Toru Maclaren Könnte scary sein Aber ich habe so ein Gefühl Wir sind fein mit dem Kobalt Vor allem wenn kein Drag Race dabei ist Vor allem wenn kein Drag Race dabei ist Bin ich mal gespannt Keine Ahnung wie es gelaufen ist Rundkursrennen habe ich so eine Befürchtung Dass es Wieder das gleiche Rennen Nur in Rückwärts sein wird Wir werden sehen Sieht man nicht so aus Hui Den habe ich selbst als Backseat Gamer nicht gesehen Sieht man nicht so aus als Wäre der Wirklich eine Bedrohung Für unseren Kobalt Ich glaube der zweite Speedbraker war um das Auto abzufangen Ich werde es Weil ich jetzt gerade an die letzte Folge denke Ich werde danach keinen Ersatz für Moose-Wont haben Ich werde dann primär Pokémon machen Erstmal Und ab und zu was mit Taumos Wir haben da auch ein Coop-Game im Auge Bei Wave Phasmophobia War mitunter das schlechteste Video bis jetzt Also ich weiß nicht Ob der Release-Zeitpunkt Ungünstig war Oder ob es einfach niemanden interessiert hat Aber überraschend Hätte ich nicht gedacht Ähm Jo Also hab ich dann erstmal Pokémon Und dann gucken wir mal Was wir noch machen Wobei ich dann erstmal ein bisschen intensiver Pokémon machen werde Dass sich die Let's Plays nicht wie Most Wanted über ein Jahr ziehen oder sowas Wenn ich sage immer Ich gucke ich bemühe mich mit einem Upload-Sketch Und sonst was Aber ich bin jetzt kein Anführungszeichen YouTuber Ja ich hab halt auch Private Life Arbeit und Forschung und noch andere Hobbys und sonst was Und mach mal Musikrahmen Und Autor bin ich ja auch noch Also ich bin da immer hart am Zeitjournieren und zieh das meistens vom Schlaf ab Und ganz ehrlich so unter uns beiden Da merke ich langsam Ich weiß es sag's oft Aber da merke ich langsam Dass ich älter werde Ich komm nicht mehr mit drei Stunden Schlaf die Nacht aus Auf Dauer Also Ist schwierig Ich muss mir irgendwo Abstriche machen So so Vier, fünf brauche ich schon mittlerweile Und die zwei Stunden Die fehlen Das war ein bisschen optimistisch Das Auto rumzureißen Gebe ich zu Das ist auch so ein kleiner Kritikfaktor Die Bossgegner könnten härter sein To be honest Es sind ein paar dabei Wie Rubberband Earl und sowas Die wirklich Probleme machen Weil man sagen muss Dass Kobalt auch wirklich Stark ist Es sieht nicht so aus Aber wir sind auch recht flottender Wegs Also Man kann auch Langsamer Fahren In Most Wanted Ich hab schon Leute gesehen Die schlechter fahren Das hilft natürlich auch nicht Jo Gibt es auch interessante Konzepte So Naslock Approach Dass du Jedes Auto nur einmal nehmen darfst Und sobald du ein Rennen verlierst Damit ist Game Over Und ich glaube Die Autos müssen alle Serie sein Und dann hast du halt eine sehr limitierte Anzahl an Autos Und je höher du kommst Im Late Game ist es zu stärker Und potenter werden die Autos Aber desto höher sind auch die Stakes Wenn ja die Autos ausgehen Naja Es sind immer so Sachen wie Drag Races und sowas Wo es halt einfach random ist Wo du dann auch mal ein Auto verlegen kannst Wäre auch interessant Weiß aber nicht Ob das Interessant zuzuschauen ist Das ist dann glaube ich Ehr so ein Ding Wo du ein Recap machst Wo ich das ganze Ding vorweg spiele Und dann vielleicht 30, 40 Minuten OMG Can you beat most wanted With bla 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 Aber dafür habe ich nicht die Zeit Für die Art von Contents Weil dann habe ich wirklich Im besten Fall Jeden Monat Alle zwei Monate ein Video Wobei ich das auch lieber mag Es ist für mich persönlicher Vielleicht weil ich damit aufgewachsen bin Groß geworden bin Mit Kronk und Co Also ich war Glaube ich gerade mal Lass mich lügen Ne ich muss nicht lügen Ich kann es berechnen Ich brauche kurz 2,8 14 Vielleicht doch schon so alt Ich war gerade mal 15 Als die erste Folge Minecraft von Kronk kam 2008 war das glaube ich Mit der letzte Show Welt Auf Kronk TV noch Weiß nicht ob man das noch kennt Oder ob es es noch gibt Wahrscheinlich gibt es es noch Keine Ahnung Das war knapp mit dem Pickup da Ja aber vielleicht ist es für mich Deswegen intimer Ich mag das Ich habe die Audienz Nicht dafür zwingt So mit Feedback Und so zu arbeiten Also Klar kann man trotzdem machen Feedback ist meistens nicht Signifikant genug Für sowas Wobei ich sagen muss Ich bin froh In die Audienz Die ich habe In die Leute Die wirklich regelmäßig gucken Und selbst wenn das nur eine Person ist Ist das schon genug Freue ich mich auch Aber so jetzt eine Umfrage zu machen Oder sonst was Also ein interaktives Let's Play oder sowas Oder Livestream Schwierig Ja Aber klar Relatable Mein Content ist halt auch Ein bisschen oldschool Probably Meine Qualität ist wahrscheinlich Nicht das Nonplusultra Ich meine Für meine Mittel Die ich habe Kann ich mehr Qualität nicht bieten Ich nehme schon in 4K auf Ich habe schon das große Studio Mic Mit Interface hinten dran und allem Aber Jetzt mit 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 4K Kamera noch arbeiten Und sonst was Und das alles parallel Und dann noch streamen Am besten In Full HD Kriege ich nicht hin Von der Qualität Ja Und auch von der Zeit her nicht Weil das ist dann Content Das musst du vorbereiten Das musst du skripten Das musst du richtig hart editieren Alles Kriege ich nicht hin Und dann eben welche Highlights Deswegen Ich weiß, dass ich Nische bin Ich weiß, dass mein Content Nische ist Wobei es mir einfach auch Ein bisschen wichtig ist Dass du das eine oder andere Schema gesehen wird Wie das Blackout zum Beispiel Das sind so Games Die fliegen unterm Radar durch Die kriegen einfach nicht genug Aufmerksamkeit Weil die großen Verunkel der Spieleindustrie Wie EA Games Und FIFA Und sonst wieder Krebs Heißt Einfach zu laut schreien Ja deswegen ist mir bewusster Ich kenne Riesen Audienz Von tausend Leuten ab Aber wenn du zuguckst Genau du Dich meine ich jetzt Genau du Ähm Und hast ja irgendwie Feedback Oder irgendwas Was du sehen willst Oder sonst was Dann pack das in die Kommentare Und ich scheiße Auf den Algorithmus Gebe ich einen Fick drauf Ja Das ist mir scheißegal Pack das in die Kommentare Dann sehe ich das Ja ich reagiere drauf Ich antworte auf jeden Kommentar Ist jetzt keine Glanzleistung Bei den 5000 pro Videos Ich kriege Aber Macht das Ja wenn ihr da inbad ziehen wollt Ich bin da relativ offen Ich habe jetzt gedacht Pokémon ist was Was ich je damit identifizieren kann Und es sieht auch cute aus Äh und ich weiß Dass meine Audienz Auch zwei Leute sind Die noch nie Pokémon gesehen haben Was natürlich gar nicht geht Muss man zumindest mal kennen Man muss es nicht mögen Aber Zumindest mal gehört Oder gesehen haben So etwas Äh Aber sonst Ich bin da flexibel Ja wenn es nicht gerade irgendwie Fortnite oder sowas Cringe ist Wo ich mich so In mich selbst zusammenfall Dann ähm Haut es da rein Dann gucken wir mal was geht Auch mit Taumos jetzt Der hat seinen neuen Kanal da gemacht Ähm Der macht es auch nicht Für die Kohle Ähm Der verdient auch genug Der Taumos Der macht es zum Spaß Und der ist da genauso offen Für alles Wenn ihr da bei Taumos Irgendwie was Äh Was jammern wollt Oder was Dann jammert es Ja Der liest es Der hört es Und äh Vielleicht macht er dann was Ja Wenn du sagst Äh Taumos Ich will sehen wie du In GTA Online Fünfjährige Kinder Farmst Bisse Losheulen Und Rageplüten Dann macht er das glaube ich Ja Immer rein damit Ja es ist mittlerweile so ein Krebs Man schämt sich fast Fast schon so was zu sagen Weil mittlerweile so gequinscht wird Hinterlasst eine Glocke Und schreibt einen Kommentar Für den Algorithmus Ist mir aber scheißegal Alter Mir ist das doch so natte Ob ich Tausend Abonnenten hab Oder zehn Heißt nicht dass ich Die die ich hab Nicht appreciate Sag nur mir kommt es nicht auf Auf Für mich ist Quality over Quantity Ja und Die Leute die jetzt saßen Sind Quality Ich hab relativ hohe Blähzeiten Ja Auf die Menge Die ich hab Also die Leute Die abonniere sind Die konsumieren den Content Auch Von daher Will ich gar nicht jammern Bin ich froh drum Guck mal Das war grad schon Der Toro War jetzt nicht so beeindruckend Ne Aber macht ja nix Ach guck mal Tupo Der kommt in den Kobalt Und da ist er Der Rasierer Der letzte Blacklist Gegner Razor Callahan Clarence Callahan Herzlich mit unserem Auto An die Spitze Der Blacklist Schlawinert Und er treibt seine Psychospielchen Wir können ihm nicht vertrauen Wissen wir aber Das nächste Mal gucken wir Und das Auto Vor der Stadt Bevor wir losfahren Wobei ich mich da auch frage Wie könnte jemand Unbemerkt die Bremsleitung Durchschneiden Oder sowas Oder Benzinleitung Vor allem beim Auto Mit 2 cm Bodenfreiheit Nicht so als wird das Ding Unbemerkt mal Auf ner Hebebühne stehen Und Weiß nicht Da wird er emotional Ja Rod Jo das war's Geht Richtung Finale Nächstes Mal wieder mit Live-Kommentation Nicht nachträglich Aber ging jetzt nicht anders Hab lang überlegt Wie ich's mache Ob ich's komplett neu aufnehme Aber Ja Wir haben's jetzt so gemacht Nächstes Mal wird's wieder Wie gewohnt Im alten Stil Ja ich denke Das ist gar nicht mehr So viel Arbeit Kriegen wir alles hin Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bis zur nächsten Und zur letzten Folge Need for Speed Most Wanted Rennen sind auch okay aus Bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüssi AHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHAHA python AHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 있 Ab gained sa của Sch assist inolas AIKHHRI A hasta A A